Yo, servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Benji. Willkommen hier zurück aus dem Keller. Beim Keller mit Bossio und... Und dann auch noch ein Schleicher. Werbefreundlichkeit weg. Genau, in dem Sinne, wir machen heute Draft, Freunde. Und zwar im Duo-Team. Tag Team, der Keller und meine Würdigkeit. Gegen Team... Dumm und immer. Wir machen heute ein Werbaut, das heißt Draft 190 oder... 190 oder... Elektroschock it in, Freunde. Der ganze Bierschiss von gestern drin. Die beiden Fahrlehrer müssen jeweils einen von den Henkeln in die Hand nehmen. Zwei, also jeder einen, also zwei, beide. Und dann, wer als letztes zurückkriegt, einen Rom-Chock seht ihr am Ende, Freunde. Machen wir Highs für den Draft. Sollen wir das rektal einführen diesmal? Lasst gerne eine Bewertung da. Für Draft ausnahmsweise mal. Und schaut bei den Jungs vorbei. Wir haben bei jedem eine Episode, eine spannende, lustige Bestandungs-Episode aufgenommen. In dem Sinne, Schniegel-Schnack-Schnurbeln, wer anfängt. Never change the running system. So. Erstmal die Formation. Ganz ehrlich? 4-2-2-2 würde ich sagen. Wir bleiben unserer Formation treu. Die ist gut. Die ist gut. Wie vorhin die andere Formation. Gut, perfekt. Taki-Taki. Icon. Beim zweiten hast du aber eigentlich immer eine Icon. Zack. Ja, also aktuell geben die ja richtig aus. Xavier oder irgendwie sowas. Icon. Ja. Oh. 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 Uuuu. Freester-Wish. Ich gönne euch den Pillen. Grüner-Ling wird messen. Guck mal. Weißt du, wo der Pillen hinzeigt? Auf unserer Region. Das wird nämlich über über 190 liegen. Genau. So. So. Das kommt vor. Ja, ich gönne euch den Pillen. Aktuell glaube ich eher, da ist die Tür. So. Du bist nur ein Kind. Der Garantäser. Was ist das? Ja? Ist es nicht. Ein Fabianer. Ich gönne euch den Pillen. Ich gönne euch auch den Pillen. Was ist euch gönn? Finde ich ehrlich. Sie sind, was soll ich gönn? Boah. Erstmal übergeben. Ha 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 ha. Boah. Boah. Ich würd sagen Lala. Scheiß. Ich würd Lala nehmen. Seid in Dortmund Ultras oder warum, warum bummt ihr euch davon? Maran! Piqué! Oder? Zeig mal! Zeig mal unser Team, ich weiß gar nicht! Ja, Piqué! Fünf! Wir machen Hybrids! Ennoling's wasted, ne? Ja, äh, ja! Ja, Bruno! Bruno Mars! Ich bin Raggi! Hallo wegen Hyatt's Rated! Raggi! Reggi! Ja, schauen die Antwort! Ja, aber dann noch ne Ding! Stronlink! Ja, aber... Non-Rare! JUP! Non-Rare! Weil die kriegen die nicht einziehen denn aus, da sind halt immer doppelt! Ja! Jetzt kommt nämlich gar nichts mehr! Ja, noch ne Ecken! Scheiße! Egal Digga, kommt halt ins Tor, wenn es sein muss! Sack! Mensch, ihr seid ja voll gut im Craft-Born! Mega, ne? Reicht euch! Reicht euch! Sinclair, Sinclair! Also, es geht schon drum, das Highest-Rated zu bauen, ne? Zählt doch einmal noch links, oder? Verteidiger haben wir voll! Oder ein Alva für Lala! Alva in die Innenverteidigung vielleicht! Also, ein Rated, das ist nicht illegal! Ah! Ey! Digga, Santander! Dann sind wir voll! Dann sind wir safe! Dann sind wir halt komplett safe! Nee Digga! Alva für Dings! Für Lala! Ja, aber so ist Piqué nicht auch voll! Und wir kriegen den... Dann haben wir voll, voll Dings! Du brauchst hier voll den Dinkerblick! Was meinst du? Also, so wär Chemistry abgesaved! Nee! Ja, aber Digga, so können wir... Ja, okay, dann machen wir Alva! Dann machen wir Alva! Alva und den Rechtshinnballern! Bist du verblödet, oder? Bist du verblödet! Ja, ist auch okay! Guck mal, wir haben noch hier... 1, 2, 3, 4, 8... Das sind eh noch 6 Icons! Jetzt kommt eh noch Icons! Ja! Guck! Reicht! Icon, die leider nichts bringt! Ja, hier für den Hund! Zack! Zack! Ja! Reicht, ne? Ja! Noch eine? Rating! Ja! Jetzt geht es nur noch ums Rating! Ja! Rating! Reicht! Also! Kalu auf Ehre! Ja, Kalu auf Ehre! Rabatest! 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 Der alte Mexikaner! Nein, die keinen Silber kriegen! Kalu auf Ehre! Nein! Dann gibt es automatisch ein Rating mehr, wenn man den reinmacht! Ja! Wurde mir gesagt mal, ne? Ja, ist das so? Ich sehe mal! 173er! Reicht! Aber einer nur, ne? Reichel, oder? Reichel, oder? Reichel hat ne Schuhe Reichel! Was für 100? 91, nicht 93! Ja, Robertson! Guck mal, Chemie! Ach echt! Chemie haben wir schon! Jawoll! Sehr schön! Reicht! Mitnehmen! Pickford, pick it up! Also 191 könnte... Was ist denn so? Ist nicht mega? Ist okay! Aber es reicht! Ja, es reicht! Boah! So, es reicht! Reicht! Aber ich würde sagen Pep Guardiola, weil der ist schöner! Reicht! Super! Richtig! Könnt ihr auch eurer Dach bitte mit nach vorne? Ne! Ne, dafür sind wir nicht zuständig! Das sind unser, äh, hier! Ne? Ja! Jetzt, äh, wir gehen ruhig an die Sache ran! Ja! Oh! Wir gehen ruhig an den ganzen Lachs hier ran! Ganz entspannt! Flügel irgendwo? Nein! Lass die nehmen, oder? Hatten die auch, ne? Ja, ja, genau! Wir wollen es ja ein bisschen fair gestalten hier! Wir nehmen einen mit, der kommt auf die Bank direkt, oder? Anstatt so ein Higi! Weil der kommt auf die Bank, das ist besser dann! Ja! Okay, weil jetzt! Take a look! And learn! Ne, dann kannst du wenigstens auf die Bank packen! Einen 83er, oder? Er ist doch scheißegal, besser wie ein 80er! Siehste? Was ist denn das für ein Draft? Mit komplett hier, oder was? Ja, aber war guter Move mit Higuain! Ist gut, ey! Das hier brauchen wir! So, was brauchen wir noch für eine Liga? Frankreich? Schlesische! Ja, der Bräuner! Ja, Strongly! Genau! Blau ist, ich dachte auch, blau ist warm! Ja! Loder! Loder nehmen wir mit! Ganz klare Geschichte! Und jetzt kommt das Draft so langsam ins Rollen! Ich glaube, in Front und Behind! Jetzt kommt das Draft so langsam ins Rollen! Ausstieg! Sehr schön! Da musst du ja kein Celo nehmen! Ja! Machen wir! Zack! Die Bohne! Abfahrt! Chilini! Jetzt kommt das Draft so langsam ins Rollen rein, Freunde! Und jetzt nochmal in Ramos! Ach! Ja! Perfekt! Linkt sogar nämlich hier! Zu ihmchen! Speed! Und dann haben wir noch als Rechtsverteidiger den William! Ja, der kommt gleich! Because of you! Nimm den mit da! Because of you! Because of you! Und jetzt nochmal ein Toadier! Wir müssen halt gefühl die komplett linke Seite wegkriegen! Ja, Lehmann! Sehr schön! Ja! Das ist besser! Am Ende gewonnen! Wir müssen halt die komplette linke Seite wegkriegen! Ah, guck mal! Wenn wir das schon mal so machen! Ne? Haben wir schon mal ein Pünktchen! Ja, die linke Seite müssen wir echt ersetzen! Ja! Dann müssen wir uns einigen! Ich meine Serie A ist vielleicht gar nicht so verkehrt! Wenn wir da jemanden bekommen würden! Was tat ich nicht? Oder Zielinski! Perfekt Link halt, ne? Für Chemie! Für Chemie! Für Chemie! Wird Zielinski schon schlau! Ja, komm! Also jetzt 80 oder 83! Ja, okay! Wir haben ja eh noch Dings auf der Bank, ne? Jawoll! Komm! Erstmal so! Man muss ja niedrig stapeln! Weil der jetzt geht's gleich besser weiter! Ja! Sandro! Wow! Lass Sandro mitnehmen, oder? Komm schon! Dann noch einen Toaty brauchen wir! Mertens, muss ich Mertens mitnehmen! Nee, Mertens ist auch Strong zu Dings! Ja, stimmt! Genau! Können wir im ZOM stillen! Ja, machen wir jetzt mal so! Ja, nur zu der Bräune! Wurde auch zu dem Bräune Linken, Idiot! Ja! Rating, oder? Ihr hattet auch 190, ne? Ja! Boah! Ja! Boah! Aber... Ja gut! Der Rest linkt eh nicht! Also von daher scheißegal Wuppertal! Irgendwas Gutes noch! Wir brauchen einen scheiß Linksverteidiger! Ja! Der bringt ja nichts! Doch! Rating! Der bringt Rating! Komm! Bringt uns nix! Die Chemie ballert uns gerade richtiges Ohrschloch weg! Jetzt fuckt das hier auch noch Ultra rein! Komm schon, komm schon! Der ist nicht schön! Wenn die letzten zwei scheiße sind... Und was? Rack! Wo ist die? Einen Rechtsverteidiger brauchen wir! Rechtsverteidiger! Ja! Wir müssen den mitnehmen! Oder Jalett! Wir haben noch einen Linksverteidiger! Der gibt ja niemanden Stronger! Der hat irgendwo einen Abu Dhabi! Ich hab gedacht, der hat Dings! Ja, aber der ist halt Rechtsverteidiger! Wenigstens! Ja! Genau! Ja, immerhin! Frick! 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 Da haben wir ja richtig Kacke gemacht jetzt gerade! Wer braucht Chemie? Der Bräune braucht Chemie! Fuck! Was ist mit Georgie Best als RV? Aber es gibt auch weniger Chemie! Scheiße! Ah, dann kommt Baranwins noch ein bisschen auf Chemie! Ah! Hier ist ja komplett Kacke, weil du hier machst! Das bringt ja gar nichts! Nimm mal den Innenverteidiger mit! Vielleicht, dass es am Ende was bringt oder sowas! Scheiße! Okay, wir müssen bauen! Wir müssen bauen! Ja, wir haben beide eine Auswahl haben wir gepennt! Wir haben es probiert! Bei der Auswahl haben wir gepennt! Das ist so eine Drecksmanager, Alter! Was war das für ein Rating? Wir haben drei Toadys und drei Icons, Alter! Ach, Mann! So eine Piste, Alter! Ja, kommen wir zur Restraffung! Wir ficken nochmal das System! Ach, nee! Wir haben ja dieses Ding und es leuchtet quasi rot und bis es grün leuchtet! Wenn es grün leuchtet, muss man drücken! Und der, der als letztes drückt, kriegt quasi einen Strumpschlag! Mhm! Okay! Das ist auch an, ja! Die Pimmel richtig in die Hand rein! So! Haben sie das! Jetzt geht es darum, wer als erstes drückt! Das passt alles! So, äh, viel Glück! Euch zwei! Na, jetzt! Jetzt! Die Fresse! Ja! 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 Das ist einmal komplett durch den Körper geflockt! Ja! 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 Ich kann nicht mehr Auto fahren! Ich habe Herzrhythmusstörung! Ist schon ungeil! Da brauchst du auch so einen scheiß Draft da! Achso! Ja! Das ist ja mein Video, Freunde! Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben! Schaut bei den anderen Leuten vorbei! Eine gute Sache hat es! Ich kann heute nicht mehr Auto nach Hause fahren! Weil ich habe jetzt... Du bist jetzt wach, Digga! Jetzt bist du wach! In dem Sinne, Freunde! Im nächsten Mal! Bis morgen! Tschüssikowski! Ciao mit V! Und tschüss! 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 T Darth Bقولkir aus! Tschüss! Schrimm x Faith? Tschüss! 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 Kayeda? schön müuit! Tschüss! Tschüss! Sch$!